Hallo Steinefans, hallo Potterheads und herzlich willkommen zum neuesten Video hier auf meinem Kanal und herzlich willkommen zum dritten Video unserer kleinen Harry Potter Themenreihe von 2021, den Hogwarts Moments. Heute schauen wir uns den Hogwarts Moment Potions Class an, das Set 76383, der Zaubertrankunterricht mit Professor Severus Snape, Seamus Finnegan und Draco Malfoy und zum jetzigen Zeitpunkt an diesem Sonntag haben 21.000, jetzt gerade habe ich geschaut, schon auch das Video vom Helden gesehen. Liebe Grüße nach Frankfurt in den kleinsten Laden der Welt, wie er immer sagt. Ja, der Held hat alle vier Sets gesammelt vorgestellt, bisschen was dazu gesagt. Ganz toll fand ich, dass auch er, so wie ich, das Herbology-Set mit am coolsten fand. Also, da muss ja, da ist eine spirituelle Verbundenheit zwischen dem Thomas und mir, das kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Wie gesagt, liebe Grüße nach Frankfurt, wir schauen uns die Sets trotzdem an, es steht bei mir noch verpackt rum und ja, ich habe gesagt, ich habe jetzt für mich gesagt, ich mache dieses Video, ich stelle das nochmal vor, auch weil ich jetzt unbedingt gleich, das habt ihr bei der Figurenauswahl vielleicht schon gesehen, muss gleich noch in einen Dialog treten mit einem meiner Abonnenten. Dazu kommen wir aber gleich. Ich würde sagen, wir bauen es erstmal wieder auf. Mal gucken, es hat bisher immer toll geklappt, das war immer super authentisch, wenn ich gezaubert habe hier. Mal schauen, ob was immer noch klappt. Wir zaubern einfach mal wieder und 3, 2, 1 und damit sind wir dann auch schon fertig. Ich weiß nicht genau, wie viele Teile das sind, da ist ja Lego sich manchmal nicht ganz so mit sich selbst einig, aber das ist keine Nachmittagsbeschäftigung, sind ein paar hundert Teile, unter 300 auf jeden Fall, das baut sich so ganz schnell weg, hat eine schöne Anleitung, die kennen wir aber inzwischen auch, ist also wirklich nichts mit dabei, also was jetzt irgendwie schwierig ist, ein Stickerbogen, ich habe sie mal aufgeklebt, damit wir sehen können, wo sie hin müssen und der ganze Zauber, das ist immer wieder so erschreckend, wenn man diese riesige Box sieht, mit diesem monolithischen Buch da drauf und dann kommt dahinter dieses Kutzelteil raus. Aber es ist das dritte Video zu diesem Thema, das sollte mich also eigentlich nicht mehr wundern. Oh Gott, jetzt stehe ich jetzt aber hin. Ups, da fliegt das Einzelteil schon weg. So, nach ein paar technischen Problemen, jetzt haben wir die Kamera auch wieder halbwegs vernünftig hinbekommen. So, wir haben jetzt alle erstmal ein Buch, ein Zaubertränkebuch, wahrscheinlich 1000 Heilkräuter und Pilze, irgendwie sowas, ein paar Dolche, die müssten eigentlich, also eine davon müsste drin angebracht werden, ich habe die jetzt erstmal noch dran gelassen, Zauberstäbe derer drei verschiedene, also sechs Stück dabei, wenn ich ehrlich bin, ja, na gut, die Farbenvielfalt ist da jetzt, ja, muss natürlich gegeben sein, weil die Zauberstäbe alle verschieden sind, aber na gut, hätten vier für mich auch gereicht. Zwei Edelsteine sind übrig, ein roter Rubin und ein, ja, rosaner, wahrscheinlich Amethyst für eine gut ausgestattete Schatzkammer. Ansonsten hier sind ein paar ganz natürlich normale Einzelteile, die so übrig bleiben. Das Ding hier zeige ich euch gleich, was das sein soll und drei Minifiguren. Minifiguren. So, Potions Class, es geht um Slytherin. So, na, wo haben wir sie denn? Da. Das sind die drei Minifiguren, von links nach rechts, Seamus Finnegan, Severus Snape und Draco Malfoy. Ich wiederhole, Potions Class, Slytherin. One of these things is not like the others. One of these things needs to go. Eins von den dreien gehört hier einfach nicht dazu. Logisch, Draco Malfoy ist natürlich völliger Quatsch. Was soll denn Seamus Finnegan hier? Verdammte Axt, was soll der hier? Der hat hier überhaupt nichts verloren. Wenn wir ihn umdrehen, hat er hier so ein, oh Gott, ich hab schon wieder Mist gemacht Gesicht. Egal ob im Film, da war es die Flitwick, der Charms Class, wo er die Feder in Brand gesetzt hat. Oder auch in den Büchern. Was hat Seamus Finnegan mit Zaubertränken zu tun? Ich verstehe es nicht. Weg damit. Wirklich. Was man zugutehalten kann ist, ja, okay, das ist jetzt hier nochmal ein etwas, ja, ein einzigartiger Seamus Finnegan. Der hier kommt aus dem Set, oh Gott, ich weiß die Nummer nicht, aus der peitschenden Weide, wo auch schon mal Severus Snape und Argus Filch und so weiter vorkamen. Da war er auch mit dabei. Hier hat er jetzt kein Hogwarts-Logo, äh, kein Gryffindor-Logo hier schon. Aber dass er die Krawatte in Hogwarts-Farben hat, macht es hinfällig. Also es ist einfach nochmal ein kleiner Unterschied zu vermerken. Wenn wir die Gesichter drehen, ist er einmal nur besorgt und einmal hat er sein, oh, ich hab schon wieder Mist gemacht Gesicht. Ja, also es ist vielleicht nochmal eine einzigartigere, in Anführungsstrichen, Figur. Aber wie gesagt, Seamus Finnegan hat hier überhaupt nichts verloren. An dieser Stelle liebe Grüße an Hal Demon, den, ähm, ich hoffe doch Abonnenten, ich bin mir sicher, aber auf jeden Fall den, den oder die Kommentator, Kommentatoren unter den letzten Videos, wo ich mich, mit der ich mich, mit dem ich mich, ähm, über die Minifiguren-Auswahl unterhalten habe. Und, äh, ja, liebe Grüße an dich an dieser Stelle. Ich sag mal drei Namen. Pansy Parkinson, äh, Vincent Krabby, Gregory Goyle. Nur mal so eine kleine Auswahl an Slytherin-Schülern, die man hier hätte brauchen können. Guten Morgen, Lego, was ist denn los mit dir? Ähm, ich hab einen tollen Kommentar unter dem, äh, Video vom Helden, ähm, gelesen. Da hat jemand geschrieben, natürlich muss in jedem Set ein Gryffindor-Schüler mit drin sein, weil wir sollen ja nicht, ähm, wir Kunden, wir sollen ja nicht vergessen, wer die Hauptcharaktere sind. Ist, äh, absoluter Murks, wenn ihr mich fragt. Also, wie gesagt, ja, Figuren-Auswahl auch hier sehr, sehr fragwürdig. Ja, Draco Malfoy, es tut mir leid, Lego, aber die Zeiten, wo Draco Malfoy eine seltene Figur war, die sind 19 Jahre, 20 Jahre her, 2001, da gab es Draco Malfoy nur in dem damaligen Hogwarts-Set. Da war Draco Malfoy noch irgendwie schwierig zu bekommen. Jetzt hier hat er einfach auch nichts verloren. Ja, er ist der Aushänge-Slytherin-Schüler, ist auch nichts verkehrt mit seinen blonden Haaren und den, äh, braunen Augenbrauen, also Augenbrauen, Haare und Augenbraue. Also, warum der jetzt einmal hier so weißblond und einmal braune Augenbrauen hat, ja, fragt mich nicht. Slytherin-Logo ist da und aus dem bösen Gesicht kann man da nochmal ein sehr böses Gesicht machen. Ja, hat natürlich mehr Daseinsberechtigung als Seamus Finnegan. Und wir haben Severus Snape ganz in schwarz mit seinem lilanen Jackett, einmal in sehr skeptisch gemein böse guckend und einmal in, ja, noch gemeiner böse guckend. Ich mag diese durchgehende, ähm, Stirnfurche hier, die finde ich sehr lustig. Ähm, ja, ist insofern, lasst mich mal kurz schauen. Ja, ich war kurz davor zu sagen, dass, äh, es mich stört, dass dieser Snape nichts Besonderes an sich hat und keine einzigartige Figur ist, im Gegensatz zu, äh, Pomona Sprout mit den Dual-Molded-Dual-Molded-Legs, dem anderen Gesicht und dem Dreck und dem, äh, First-Year-Flittweg, die ich schon erwähnt habe. Aber auch dieser Severus Snape hat eine, ähm, hat einen Unterschied zu den anderen Severus Snape-Figuren. Als großes Beispiel möchte ich, naja, auch nochmal nennen die Peitschende Weide, das Set, wo auch Seamus Finnegan vorkam. Und da ist der Snape tatsächlich unterschiedlich. Er hat nämlich bedruckte Beine. Und hier nicht. Ja, also, er hat hier weniger. Dann, äh, hat er hier seinen Mantel ein bisschen weiter offen. Ja, der hängt vielleicht jetzt hier auf dem Rücken, so, dass, deshalb hier unten das nicht mehr runterhängt. Keine Ahnung, kann ich nicht nachvollziehen. Gesichtsausdruck ist, äh, prinzipiell der gleiche, aber ein bisschen anders. Und wenn man sich das Rückgesicht anguckt, ist es beide Male gleich. Hier hat er auf einmal lilane, äh, Absätze oder lilane Falten, hier nicht. Ähm, also die Snape-Figur, ähm, ja, möchte ich jetzt so nicht sagen. Aber die hier finde ich irgendwie besser. Weiß nicht. Ist vielleicht auch nur meine Meinung. Äh, ja, also Figurenauswahl wieder für die Kiste. Äh, für die Steine-Kiste oder für die Restposten-Kiste. Ich weiß es nicht. So. Dann das Buch. Wieder die vorbedruckte, oder die bedruckte Vorderseite mit, äh, den verschiedenen Zaubertrank-Untensilien, dem Hogwarts-Logo in dem Sandgrün. Schöner Druck, kennen wir von den anderen Büchern. Kein Problem. Und wir können es mal aufklappen. Und hier die verschiedenen Dinge rausnehmen. Das war natürlich geplant, dass diese Tafel hier abstürzt. So. Und wir klappen unser Polly Pocket Lego Haus wieder auf. So. Erstmal mit dabei. Hier so ein kleines Fokus. Kleines Regal. Genau mit einem Kesselchen. Du sollst fokussieren, danke schön. Und so einem komischen, ja, grüner Zuckerwatte unter Verschluss. Was das sein soll, ja, kann ich jetzt so nicht genau sagen. Im Hintergrund seht ihr den, ähm, Aufkleber. Kann man auch sich nochmal ein bisschen genauer angucken. Ja. Vollgestelltes Regal. Wenn wir uns an das, ähm, 2001er Set erinnern, was ich schon vorgestellt habe. Ich verlinke den Link dazu mal in der Videobeschreibung. Da gab es eine braune, eine braune Wand, ein braunes Wandteil. Das war bedruckt mit so einem vollgestellten Regal. Das war ein bisschen cooler. Aber, na gut, ist ja 20 Jahre her. Ähm, da kann man jetzt natürlich logischerweise auf Aufkleber umsteigen. Ähm, die Tafel. Hallo. Hallo. Die Tafel finde ich eigentlich ganz schön. Ist nett gebaut. Das kann man hier unten so umknicken. Aber ist auch nur dafür da, damit man das hier drin besser verstauen kann. Preisfrage. Ich weiß nicht genau, was da für Kräuter drauf sind. Aber es ist ja eine Gleichung. Eine, ein Kraut, ein Kraut plus noch ein Kraut gleich. Fragezeichen. Ähm, schreibt es doch mal in die Kommentare. Was bekomme ich, wenn ich einem, äh, Wermutaufguss geriebene Aphodilwurzel hinzufüge? Könnte ja hier die Gleichung sein. Ja, Wermut und Aphodilwurzel. Was kommt dabei heraus? Preisfrage. Erster Preis gibt ein Fleißbienchen. Schreibt da mal in die Kommentare. Dann, so einen großen Sessel. In Nougat, ne? Oder Medium Nougat ist das, glaube ich. Äh, ja. Es steht flach auf dem Boden. Warum der jetzt hier sein muss, weiß ich nicht. Aber, ja, Snape muss ja irgendwo sitzen. Während er seinen schlecht vorbereiteten Unterricht durchführt. Oder gar nicht vorbereiteten Unterricht. Ähm. Hier ist ein Tisch. Da können wir das Ding hier raufstellen. Im Gegensatz zum Herbology-Set haben wir hier nicht verschiedene Töpfe drauf, die alle raufpassen. Diese Konstruktion, das wäre noch irgendwie schöner gewesen, noch ein paar mehr davon zu haben. Aber, da bin ich jetzt auch ehrlich, ähm, einfach acht verschiedene Sachen, die hier alle so ganz gerade stehen, hätte ich jetzt auch irgendwie doof gefunden. Letzten Endes ist dieses Ding, dieser Tisch, einfach nur dafür da, um oben, äh, das Buch wieder abzuschließen. Ähm, ja, ist in Ordnung. Kann man was raufstellen, können sie hier drumrum stehen, wenn wir diesen Kasten hier noch, den da so raufstellen. Ja, dann haben sie hier jetzt eine schöne Spielszenerie und am Ende explodiert irgendwas. Und Gryffindor bekommt Punkte abgezogen. Und dann haben wir hier das Konstrukt. Natürlich ist es wieder eine Aufkleberschlacht. Das kennt man ja von Lego Harry Potter Sets. Ich habe sie mal aufgeklebt, weil ich finde, dass es ohne einfach wirklich noch kerriger aussieht, als ohnehin schon. Ähm. Ähm, ja, wer dieser Typ hier sein soll, weiß ich nicht. Aber hier haben wir nochmal einen schönen Slytherin-Fahner. Ein eingestaubtes Bücherregal. Da guckt irgendwas raus. Eine Flasche mit einem Getier. Steht auch schon ein bisschen länger. Und eine Tom Riddle-Aufschrift. Warum? Ja, weiß ich nicht. Äh, Grindelwald hat in Durmstrang seinen Namen irgendwie. Und das Zeichen der, der Heiligtümer des Todes, äh, in die Wand unentfernbar eingezaubert. Warum jetzt da Tom Riddle steht, äh, ja. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber Tom Riddle ist ja auch kein Name, der irgendwelche Bewandtnis hat für die Zauberwelt, weil ja kaum jemand weiß, dass aus Tim Tom Riddle später Voldemort wurde. Ja, Lego wird sich was dabei gedacht haben. Hier steht der Stein der Weisen. Äh, ich dachte eigentlich immer, dass Snape den nicht klauen wollte, weil er ja eigentlich für Dumbledore gearbeitet hat. Aber scheinbar steht er hier doch. Wer mir nicht glaubt, der guckt nochmal mein allererstes Video. Der Stein der Weisen war nämlich tatsächlich im ersten, allerersten, neben zweiten Lego Harry Potter Set aller Zeiten so ein roter Rubin. Und auf der anderen Seite haben wir dann das Klassenzimmer. Ja, natürlich auch wieder die Hälfte machen, die Aufkleber hier auf diesem Wandteil hier in der Mitte und auch hier dieses Regal. Ähm, ganz toll finde ich diese Durchgänge hier. Das ist wirklich ein großes Stück. Das ist hier kein Säulenteil und, äh, so ein, ähm, so ein Bogen drauf. Nein, das ist ein großes Teil. Finde ich ganz cool. Kenne ich so noch gar nicht. Genauso cool ist dann natürlich der Einsatz dafür. Hier ein Dark Bluish Grey mit einem entsprechenden Aufkleber. Was steht da? Potassa Carbonate. Ja, wer Latein kann, der kann mir ja mal übersetzen, was das heißt. Ich weiß es nicht. Potassa könnte vielleicht Trank sein. Und Carbonate, weiß ich nicht. Carbon, Carbon Water ist, glaube ich, Mineralwasser. Ja, Mineralwassertrank oder so. Ich weiß es nicht. So, dann haben wir hier noch ein paar Regale. Diese Flaschenform finde ich immer schön. Hier noch mit so einem Lila. Und ansonsten ganz viel Kleinvieh mit diesen Regalen. Hier mit den 1x1er Round Bricks sind das, glaube ich. Die hier die verschiedenen Flaschen und Aufbewahrungsmittel darstellen sollen. Im Klassenzimmer von Severus Snape. Tafel hier hin. So, machen wir mal so. Tisch. Regal. So, den stellen wir hier rüber. Snape geht da rüber hin. Der hat keinen Bock auf den Unterricht. Der sitzt jetzt hier und denkt darüber nach, wie er Harry Potter demnächst wieder Punkte abziehen kann. Und das war es dann für dieses Set. Ich weiß gar nicht so genau, was ich zu den Sets noch sagen kann. Vieles hat ja der Held schon gesagt. Vieles habe ich auch schon in den anderen beiden Videos gesagt, die ihr hoffentlich gesehen habt. Das gilt hierfür genauso. 30 Euro ist viel zu teuer. Ja, 30 Euro, viel zu teuer. Ihr habt es beim Helden auch nochmal aus Händlersicht gehört. Ja, wartet, bis es reduziert wird. Wofür man da warten soll, weiß ich bei diesem Set wirklich nicht. Weil anders als mit First Year Flitwick oder hier der anderen Form von Professor Sprout, gibt es hier meiner Meinung nach an Minifiguren überhaupt nichts zu holen. Wirklich nichts. Im Gryffindor-Set gibt es ja nochmal eine neue McGonagall, die auch nochmal ein anderes Hair-Hat-Combo hat. Werde ich vorstellen, sobald ich das Set habe. Bisher habe ich es immer noch nicht bekommen. Aber hier, so was Minifiguren angeht, ganz, ganz schlechte Ausbeute. Da hat sich Lego wirklich völlig in die Nesseln gesetzt. Meiner Meinung nach. Klar, logisch, Snape muss drin sein. Aber dass Snape dann hier wirklich, ja, weniger spektakulär daherkommt als in anderen Sets, wo man ihn bekommt. Ja, völlig fragwürdig. Seamus Finnegan sage ich jetzt gar nichts mehr zu. Und Draco Malfoy ist halt einfach langweilig. Ähm, ja, der typische Vorzeige Slytherin. Hat Lego verpasst, hier mal eine schöne Möglichkeit zu bieten, auch mal an andere Schüler ranzukommen. Aber, nee, ist nicht. Ansonsten vom Design her finde ich es schön, weil es eben natürlich klar in den Kerkern stattfindend in Grau gehalten ist. Also viel Light Bluish Grey, Dark Bluish Grey. Ihr bekommt zum Beispiel auch die Masonry Bricks. Hier oben einen 1x2er, nee, 1x4er Masonry Brick. Und nicht nur den 1x2er. 1x2, 1x4. Äh, diese Torbogen finde ich ganz cool. Kann man bestimmt auch anderweitig verwenden. Kann ich mir jetzt gut vorstellen. Ähm, aber im Großen und Ganzen macht dieses Set hier fast genauso wenig her wie das Charms-Class-Set. Mit dem Unterschied, dass beim Charms-Class-Set wenigstens mit Flitwick und Cho Chang nochmal ein paar interessante Minifiguren dabei waren. Und die hier halt einfach fehlen. Ja, schade. Viele Slytherin-Fans da draußen. Ähm, ich hab das Gefühl, viele Harry Potter-Fans sehen sich selber auch immer gerne so als Slytherin. Äh, ja, wird hiermit überhaupt nicht gerecht, meiner Meinung nach. Ist wirklich ganz, ganz traurig einfach. Traurig, was Lego hier an Chance verpasst hat. Und das, obwohl ja eigentlich die meisten Harry Potter-Sets wirklich viel hergeben können. Aber dieses Buch, dieses Hogwarts-Moment-Potions-Class, das schließen wir mal ganz schnell. Das lohnt sich meiner Meinung nach nicht. So, das war's von meiner Seite aus. Ähm, wenn ihr Fragen zum Set habt, eine eigene Meinung hoffentlich, oder einfach Anregungen, was ich in den nächsten Videos besser machen kann, immer gerne in die Kommentare damit. Und natürlich, wie immer, interessiert mich eure Rückmeldung zu dem Set. Habt das selber? Habt ihr inzwischen irgendein Set von den, ähm, Hogwarts-Moments euch schon gekauft? Äh, wie findet ihr das? Oder wie seid ihr, auf diese Minifiguren-Auswahl zu sprechen? Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. War jetzt kein so positives Set. Aber, ja, wie gesagt, ich bin leider auch sehr wenig positiv gestimmt, wenn ich mir diese Armut hier so angucke. Wir sehen uns im nächsten Video. Habt einen schönen Sonntag, habt ein schönes Wochenende und eine tolle Woche. Und wir sehen uns dann demnächst. Und bis dahin, schaut mal wieder öfter in eure Steinekiste. Da gibt es definitiv bessere Minifiguren zu finden, als diese drei in diesem Set. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao, ciao.